In diesem Video zeige ich euch, was Vererbung ist und wie die in JavaScript funktioniert. Ich möchte jetzt mal eine Datenbank für Schauspieler machen, so in die Richtung der IMDb. Ich will das Cast-Database nennen, also eine Datenbank, die speziell darauf ausgelegt ist, dass man da die Schauspieler aus einem Cast einfügen kann, also aus der Besetzung eines Films. Wir haben ja in den letzten Videos schon eine Datenbank erstellt und die hier will ich genauso erstellen, d.h. es soll auch eine Insert-Methode geben, also eine Funktion, um Datenbankeinträge in die Datenbank einzufügen. Aber im Gegensatz zu der Datenbank, die wir bisher erstellt haben, sollen jetzt nicht einfach beliebige Objekte eingefügt werden können, sondern die Insert-Methode gibt vor, was eingefügt werden darf bzw. soll, nämlich der Name des Schauspielers oder der Schauspielerin, das biologische Geschlecht und der Geburtstag, das sind dieselben Informationen, die wir auch bisher immer in den Objekten hatten, nur dass wir die jetzt hier als Argumente übergeben. Die Insert-Methode erstellt dann intern ein Objekt aus diesen Informationen und fügt das in die Datenbank ein. D.h. im Grunde wie bisher, nur dass jetzt sichergestellt ist, dass die Objekte wirklich die Informationen von Schauspielern beinhalten, dadurch, dass man nicht einfach willkürlich irgendwelche Objekte übergeben kann. Die anderen Methoden, also die Funktionen zum Auslesen, zum Verändern und zum Löschen von Einträgen in der Datenbank, können ruhig so bleiben wie bisher. Erstellen wir mal eine Konstruktor-Funktion, öffnet wieder eure Konsole, wir schreiben FunctionCastDatabase, so will ich das nennen. Jetzt haben wir natürlich in den letzten Videos bereits eine Datenbank geschrieben. Das wäre ja jetzt Quatsch, wenn ich das alles nochmal schreiben würde. Ich will ja nur, dass die Insert-Methode anders ist, alles andere kann ja so bleiben. Also kopiere ich den Code von der letzten Datenbank hier rein. Wenn ihr noch nicht das Video gesehen habt, wo ich zeige, wie wir diese Datenbank erstellen, schaut es euch an und guckt anschließend das Video über Prototypen. Da verändern wir die Datenbank nochmal etwas. Falls ihr das Video hier in einer Playlist seht, müsste der Code noch da sein, wenn ihr hochscrollt, oder mit der Pfeil-Rauf-Taste die letzten Eingaben durchgeht, beziehungsweise eventuell ist ja sogar noch die Database, also die Konstruktor-Funktion von der Datenbank vorhanden, dann braucht ihr den Code nicht mal raussuchen. Ich habe jetzt den Code hier, ich könnte jetzt natürlich aus der Database hier eine Cast-Database machen. Das heißt, ich müsste hier einfach nur den Konstruktor umbenennen und dann die Insert-Funktion so umschreiben, wie ich die gern hätte. Aber das hat einen großen Nachteil. Ich habe ja gerade gesagt, es wäre Quatsch, alles nochmal zu schreiben. Ich würde jetzt aber quasi alles nochmal schreiben, wenn ich hier den Code jetzt ausführen würde. Ich habe das jetzt zwar kopiert und eingefügt, also ich habe mir die Schreibarbeit erspart, aber ich hätte letztendlich alles doppelt und angenommen, wir würden jetzt in unserer Database einen schwerwiegenden Fehler entdecken, irgendeine Sicherheitslücke, also keine Bange, haben wir nicht, aber mal angenommen, dann würden wir den in der Database korrigieren und müssten ihn dann auch hier in der Cast-Database korrigieren und angenommen, wir hätten jetzt nicht nur die Cast-Database, sondern auch noch zig weitere Datenbanken, die wir so erstellt haben, dass wir bei jedem Code immer kopiert und eingefügt haben, dann hätten wir überall denselben Fehler und müssten wegen jeder Änderung uns jeden Code nochmal vornehmen und überarbeiten. Das ist langfristig einfach nicht tragbar. Ich verändere die Database mal nicht, ich führe die so aus, das ist unsere allgemeine Datenbank, ich mache was anderes, ich baue die Cast-Database auf die Database auf. Wie mache ich das? Also, ich schreibe nochmal unsere Constructor-Funktion von der Cast-Database und jetzt könnte ich natürlich hier this database auf eine neue Database setzen. Führen wir das mal aus und jetzt erstelle ich das Prototype von Cast-Database, ein einfaches Objekt und darin erstellen wir unsere Insert-Funktion. Man soll der Name, Gender und Birthday übergeben. Und intern wird dann auf unsere Datenbank zugegriffen, also this database, und in die Database wird dann ein einfaches Objekt eingefügt, also ich füge was ein, ich rufe die Insert-Funktion auf und da dieser Insert-Funktion übergebe ich ein einfaches Objekt, und zwar mit den Properties name, dass ich dann auf das Argument name setze, dasselbe bei Gender und dann auch bei Birthday. Führen wir das mal aus, jetzt erstelle ich eine Variable, die ich Cast nenne und der weise ich ein neues Cast-Database-Objekt zu. Und jetzt fügen wir mal einen Schauspieler ein, das heißt, ich rufe Cast.insert auf und dann ein String Anthony Hopkins, ihr habt jetzt wahrscheinlich mit Jodie Foster gerechnet, male und new date und Anthony Hopkins ist am 31. Dezember 1937 geboren. Lesen wir unsere Cast-Database jetzt mal aus. Ja, und das ist jetzt natürlich blöd. Wir haben jetzt hier nicht die where-Funktion zum Auslesen. Ich muss erst auf die database-Property zugreifen und da könnte ich jetzt die where-Funktion aufrufen. Aber das ist natürlich unschön, vor allem weil die Insert-Funktion direkt bei cast ist, aber die where-Funktion nicht, die ist erst hinter database, also das ist ziemlich inkonsistent. Was mache ich da? Ich könnte folgendes machen. Ich könnte auf das Cast-Database-Prototype zugreifen und für jede Funktion so eine Art und Weiterleitung bauen, also dass ich hier dieselben Argumente annehme und dann übergebe ich die einfach this-Database und dann der jeweiligen Funktion, also in diesem Fall where und dann einfach dieselben Argumente. Und das, was zurückkommt, gebe ich dann auch zurück, also leite ich auch weiter. Also, so könnte man das machen, das ginge. Ist zwar auch nicht so optimal, weil dann da immer eine Funktion zwischen ist, die eigentlich wirklich nichts selbst macht, außer Werte weiterzuleiten, aber das wäre eine Möglichkeit. Es gibt aber eine bessere Möglichkeit. Wenn wir das Prototype-Objekt erstellen, dann schreiben wir ja das hier. Wir setzen das auf ein einfaches Objekt. Ich habe euch ja aber schon mehrmals gesagt, dass diese Schreibweise mit den geschweiften Klammern nur eine Abkürzung für NewObject ist. Wir erstellen da also jedes Mal ein neues Objekt. Und wenn wir da an der Stelle Object instanziieren können, warum dann nicht auch Database? Unsere Database arbeitet allerdings intern mit einem Array. Wir gehen nochmal gerade in die Konstruktor-Funktion von Cast-Database und ändern das hier. Jetzt haben wir den Konstruktor geändert, das heißt, jetzt müssen wir auch nochmal den Prototype neu setzen und das heißt, wir führen das nochmal aus. Und jetzt gucken wir mal, ich erstelle hier ein neues Objekt, eine neue Cast-Database. Und wenn wir jetzt Cast-Punkt schreiben, sehen wir, dass da die Funktionen von Database sind. Delete, Insert, Update und Wear. Und die stehen jetzt hier bei der Cast-Database zur Verfügung. Wir haben diese Funktion von Database geerbt. Das ist Vererbung in der Programmierung. Wir können jetzt auch nochmal unsere Insert-Funktion hier schreiben, das muss dann zu Push geändert werden, weil das jetzt ein Array ist. Und wenn wir uns jetzt Cast-Insert ansehen, also nur die Funktionen, ohne sie jetzt auszuführen, dann ist das jetzt unsere neue Funktion. Was wir jetzt verändert haben, ist, dass wir nicht nur ein Prototype-Objekt haben, unser Prototype-Objekt hat nun sein eigenes Prototyp-Objekt. Und wenn eine Property aufgerufen werden soll, dann wird zuerst beim Objekt selbst geguckt, wie bisher, dann beim Prototype des Objekts, und wenn's dann auch nicht gefunden ist, dann wird beim Prototype des Prototyps geguckt, und das hört dann nicht auf. Auch das Prototype-Objekt des Prototype-Objekts kann wiederum ein eigenes Prototype-Objekt haben und so weiter. Das Ganze ist die Prototype-Chain, auf deutsch die Prototyp-Kette. Und so funktioniert Vererbung in JavaScript. Man kann Properties durch diese Prototyp-Kette immer weiter vererben. Wenn wir uns nochmal die Insert-Funktion ansehen, von der haben wir ja hier zwei, eine im Prototyp und eine im Prototyp des Prototyps. Und es wird die erste Insert-Funktion genommen, wie ich ja gerade erklärt hab, weil beim ersten Objekt angefangen wird, nach dem Property zu suchen, und wenn es da nicht ist, wird in dessen Prototype weitergesucht. Und wenn's da nicht wäre, würde in dessen Prototype weitergesucht werden und so weiter, was ich gerade gesagt hab. Und das hier hat auch einen Namen. Das ist der Property-Lookup, der Property-Nachschlag, also jetzt nicht Nachschlag wie beim Essen, eine zusätzliche Portion, sondern wie in Nachschlagen, das Property wird herausgesucht, es wird nachgeschlagen. Wenn man sich die Prototype-Kette von vorne ansehen würde, also die Objekte übereinander legen würde, dann würden die Properties von den vorderen Prototyp-Objekten die jeweiligen Properties von den hinteren überdecken. Ich blende mal das Database-Property aus, denn was ich meine, ist die Insert-Funktion. Da überdeckt die Insert-Funktion vom vorderen Prototype die des hinteren und deshalb heißt das Ganze auch Property-Shadowing. Die Properties liegen übereinander, sodass man nicht durch sie durchsehen kann und werfen quasi aufeinander Schatten, so kann man sich das vorstellen, deshalb Shadowing. Vererbung ist eine essentielle Sache in der Objektorientierung. Wenn wir nochmal unsere Ente als Beispiel nehmen, von der könnten wir erben und dann durch verschiedene Veränderungen andere Enten draus machen. Die Richtung ist dabei immer von abstrakt zu spezifisch. Man fängt bei einer sehr abstrakten Grundlage an und von da aus kann man in jede beliebige Richtung gehen und vererben und vererben und dabei immer spezifischer und spezifischer werden. Wenn wir uns mal ein Beispiel aus der Sprache Java nehmen, da gibt es die Objektklasse, also Java ist eine klassenbasierte Sprache. Aus diesem Objekt kann man so ziemlich alles machen und ein Framework, das dazu da ist, Sachen auf dem Bildschirm darzustellen, also so Buttons und Text und Eingabefelder und so weiter, macht daraus eine Component. Diese Component ist einfach ein Element, das potenziell auf dem Bildschirm dargestellt werden kann. Aber das ist auch nichts Konkretes. Aus diesem Component wird über mehrere Vererbungen eine Jtext-Component und hier haben wir nun schon was Konkretes. Die Jtext-Component ist dazu da, Text auf dem Bildschirm darzustellen. Und aus dieser Jtext-Component wird ein Jtext-Field, also ein Textfeld, ein Eingabefeld für Text. Und daraus wird schließlich ein Jpassword-Field, also ein Eingabefeld für Text, der nicht zu sehen ist, damit man darin halt auch Passwörter eingeben kann. Wir haben hier also eine Hierarchie mit sechs Stufen. Wenn wir für das Jpassword-Field bei null angefangen hätten zu programmieren, hätten wir sehr viel Code schreiben müssen und sehr viel durchdenken müssen, aber so braucht das Jpassword-Field, das Jtext-Field nur an einigen Stellen zu erweitern und an anderen Stellen zu überschreiben und schon haben wir ein Passwort-Feld. Die ganzen Überlegungen, wie man es überhaupt hinkriegt, etwas auf dem Bildschirm darzustellen, wie man es hinkriegt, Text zu rendern und in Pixel umzuwandeln und so weiter, das haben wir ausgelagert. Klar, das passiert schon vorne in der Component und der J-Component und Jtext-Component. Darüber müssen wir nicht nachdenken, wenn wir dieses Passwort-Feld programmieren. Das heißt, auch dafür ist Vererbung gut. Nicht nur, dass es Schreibarbeit spart und zukünftige Veränderungen erleichtert, es lagert auch Komplexität aus. Deswegen ist Vererbung so essentiell. Im nächsten Video stelle ich euch noch ein paar wichtige Eigenheiten von JavaScript vor. Um das nächste Video zu sehen, klickt jetzt hier in das große Feld in die Mitte oder falls ihr dieses Video in einer Playlist seht, zum Beispiel bei CSS3HTML5.de, bleibt einfach dran. Zitat